ja hallo und willkommen zurück bei let's play minecraft ja so ja meine karotten 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 ja die habe ich bei einem zombie-spawner gefunden ja und kartoffeln ebenfalls das ist ja kartoffeln und hier sind alle karotten dann war hungrig auch nicht ja hier können wir da mal wirklich ein schönes haus in den berg hinein bauen ist zwar kein berg aber ja ist ja egal nicht gerade neben der höhle wie weit geht das denn dort hoch ja ja das sieht doch gut aus ja hier alles gut ja das wäre noch nie das ist dann ein bisschen zu weit wir machen hier mal eine kleine entdeckertur wo es die sonne ja es ist etwa mittag okay die perfekte welt pferde ja ganz schön ja das ist ja wunderbar ja hallo mein ich habe es mir ein bisschen gedacht bei einer so offenen wie sich das ist ja aber ich habe es mir ein bisschen gedacht bei einer so offenen wie sich so groß ja da muss es doch einfach pferde geben und da gibt es auch pferde die kann ich dann auf meine farm zu das ist ja super ja diese folge werde ich wahrscheinlich pferde gefunden taufen genau um die ecke über den hügel pferde ja tut mir leid ich feier jetzt das einfach ein bisschen weil das sind schon ein paar die kann ich dann alle in meine farm sein tun eigentlich da feier da bleiben wir glaube ich am besten noch bei der farm und nicht schon am besten zum mein berghaus am fangen ja ich glaube glaube es ja das sind ja der Pferde dann, ja, hineintun können, ja, dann mal. Vielleicht mache ich es dann nach wie in einer Folgenpause, arbeite ich ein bisschen noch daran weiter, dass man dann die Pferde hat und dann, ja, weil ich muss ja dann auch das Sattel finden, kann man ja nicht einfach so machen, oder doch, doch, die kann man, glaube ich, aber Pferde, äh, kann man, glaube ich, nicht nur mit seinem Mord, Mord, weiß auch nicht gerade, äh, ob man die Sattel träften kann, aber ich glaube nicht, nee, 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 doch nicht, doch nicht, da komme ich ja jetzt auf, egal, dann suche ich halt, halt Sattel und, ja, oder kann man die Pferde mit irgendwas anlocken, ich glaube nicht im Weizen, ja, oder mit Kaloppen, hm, dann da suche ich mal mein gutes Glück, ja, da schnell schauen, wie lang das hier aufnimmt, ja, komm, heute mache ich noch ein bisschen länger, ich brauche es einfach ein bisschen, zwei Karotten, ja, dann machen wir hier noch eins, nee, ich hatte doch drei, Karotten, ja, zu essen, ja, dann, man lebt es sich gesund bei mir, ja, ja, gesund ist das Motto, ja, weil man kann die Schweine ja mit einer, ja, Karotten, äh, Gute anlocken, ja, eben, und dann, nee, jetzt wird es dann schon Nacht, nee, ich habe jetzt keine Lust auf das, wir müssen jetzt dann schon wieder gehen, hey, hallo, oh, kommt das, so, ist die Karotten, nee, okay, ja, ich muss mich dann nochmal wieder schlau machen, jetzt schnell ins Haus, sonst habe ich hier Löcher, ja, komm, beweg deinen, tut mir leid, dass ich jetzt da die Arsch ja in das Haus, mein Leben steht auf dem Spiel, ne, meine Hose, Penn, oh, jetzt konnte ich das nicht mal senden, so, was, aha, ah, jetzt aber echt, ja, als, ja, das muss das da mal wieder anschauen, wie das genau geht, aber ich mache dann ja eben noch als erst mal Säule, ja, also, und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich von diesem Let's Play, also, bis das nächste Mal zum Let's Play Minecraft. Ja. Ja. Ja.